Musik Mein Name ist Merlin Angelo Sarah Oeschger Ich bin Johanna Mein Name ist Sven Koller Ich bin Plattenläger EFZ Ich pläte Badsiemen, Wohnung, Fassaden draus, pläte Und vorarbeiten Schleifen, Grundieren Im Nassbereich müssen wir abdichten Damit es keine Wasserschäden gibt Und ja, das eine ist Zum Schluss tust du noch drüberplätteln Ja, man braucht noch relativ viel Geduld Und Sauberkeit, das ist das A und O Was man in meinem Beruf nicht machen So viel, so schwer laufen Man schafft schlussendlich auch Mit gefährlichen Maschinen Einfach drauf quatschen Also einfach keine Mühe Gehen einfach drauf quatschen Mit dem Paketlegen Oder Bodenlegen Laminat Oder Unterlagsböden Man kann nivellieren Mit einem Plattenlegen Das wird noch manchmal Verwechselt Ich bin nur am Boden Und dann habe ich gesagt, nein Ich brauche einfach abwechslungsreich Zu einer Wand Oder ein anderes Objekt Das Ding ist natürlich Die Plattenlegen ist einer Von den wenigen Prüfen Wo du das Endprodukt siehst Was man wirklich gemacht hat Egal wie der Untergrund ist Deine Fläche muss schön bleiben Und so sein Es ist so schön Dasselbe ansehen Als du siehst Das hast du alleine gemacht Nein, ich möchte unbedingt Plattenlegen werden Möchtet den Prüf Er ist abwechslungsreich Weil ihr die geilste Zeit Auf der Baustelle immer habt Auf der Baustelle Auf der Baustelle Bis zum nächsten Mal.